Seit neun Jahren lebt Dominik Grunau in Güstrow. 2011 leistete der gebürtige Wismarer ein freiwilliges soziales Jahr im Schloss. Die Verbindung von Kultur und Natur, die wunderbare Landschaft und die netten Menschen, die er hier traf, animierten ihn zum Bleiben. Güstrow wurde seine Wahlheimat und hin und wieder kommt er ins Schloss, um sich über Neuigkeiten zu informieren und die Sanierung zu verfolgen. Vor allem aber ist Dominik in den neun Jahren zum vielseitigen Künstler gereift. Er komponiert und interpretiert seine Stücke, weswegen ihn sein Weg oft in das Tonstudio Güstrow führt. Mit Inhaber Martin Bade hat er in kurzer Zeit schon zahlreiche Projekte realisiert. Grunau als Komponist und Arrangeur, Bade als Audio- und Mastering-Engineer. Dominik und ich kennen uns jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, haben uns komischerweise über das Internet kennengelernt, obwohl Güstrow ja so klein ist und haben angefangen über Klavieraufnahmen. Ich weiß, wir sind ins Pianohaus Möller auch gefahren und haben dort weitere Aufnahmen gemacht. Nachdem dieses Projekt dann abgeschlossen war, haben wir uns etwas Größerem gewidmet. Das war eine Soundtrack-Aufnahme und das hat eigentlich am meisten Spaß gemacht, weil es einfach herausfordernd war und ja auch was Neues, sowohl für ihn als auch für mich. Im Tonstudio hatte Dominik Grunau die Möglichkeit, seine Musik live einzuspielen, ohne auf Samples zurückgreifen zu müssen. Entgegen kommt dem jetzt 31-jährigen Künstler, dass er mit Klavier, Schlagzeug, Flöte und Gitarre eine Vielzahl von Instrumenten spielt. In Wismar hatte er sogar mehrere Jahre Orgelunterricht bei Kirchenmusikdirektor Eberhard Kienast. Nach seinem ersten Album The Hero Returns ad Dominik, dessen Markenzeichen ein breiter Hut ist, nun sein zweites Album am offenen Fenster vorgelegt. Fast 50 Minuten besinnliche und entspannende Pianomusik. Die für Ende März geplante Premiere des Albums, das übrigens auch als CD vorliegt, fiel den Corona-Beschränkungen zum Opfer, musste also abgesagt werden. Der Künstler machte aus der Not eine Tugend und stellte einen größeren Ausschnitt aus am offenen Fenster als Wohnzimmerkonzert sowie als virtuelle Release-Party ins Internet. Mit der Resonanz zeigt er sich sehr zufrieden. Also es lief insgesamt sehr gut, muss ich sagen. Es gab viele Zuschauer bisher. Auf YouTube kann man zum Beispiel sehen, da sind über 450 Klicks, würde ich jetzt mal sagen. Das ist im Rahmen meiner Verhältnisse schon relativ gut und viel und ich habe viel schönes Feedback auch bekommen. Die Leute reagieren unglaublich positiv, sagen mir öfters auch, dass sie eben meine Musik sehr schön finden, genießen, fragen auch, wann gibt es neue Sachen und ich komme dann kaum hinterher. Dennoch hofft er, bald wieder Auftrittstermine vereinbaren zu dürfen. Dann will er mit einem musikalisch-literarischen Programm für seine CD werben. Den Literaturpart steuert er ebenfalls selbst bei. Sein Band Kirschblütenregen – Briefe an einen lieben Menschen mit über 50 Gedichten liegt beim Verlag und soll noch in diesem Monat erscheinen. Dominik stellt daraus ein Gedicht vor, das dem Buch den Titel gab. Kirschblütenregen. Einst hieß ich ihn mein Freund, mein guter Kamerad. Der treueste, Beste, den ich je gehabt. Einst hieß ich ihn, dann ließ ich ihn. Die Jahre trieben mich auf einsamen Wegen dahin, wie Kirschblütenregen im Wind. Einst lachten wir und weinten und unzertrennlich einten die Sonne und der Regen uns im Spiel und freudigem Bewegen, obgleich die Tage schnell zerronnen, jeder Vorwand kam gelegen. Einmal albern, dann versonnen. Zu genießen diesen Segen, der, obgleich Erinnerungen trösten, zusammen mit den anderen im Staub vermischt erscheint, in kleinen Wirbeln beim durch die Straße fegen, als Kirschblütenregen. Die Illustrationen, die in dem Band zu finden sind, stammen natürlich von Dominik, der sich aber bei aller Vielseitigkeit nicht verzetteln will und sein Hauptaugenmerk auf das Komponieren legt. Da hat er ganz bestimmte Vorstellungen. Also musikalisch bin ich natürlich sehr, sehr frei und offen. Als Komponist ist natürlich mein Bestreben, mich möglichst in allen Genres aufzuhalten und jetzt alle Facetten auch abzudecken. Ich selbst mache natürlich weiterhin jetzt meine eigenen Projekte im Bereich Klavier, habe jetzt gerade mir so eine kleine neue Nische erschlossen mit, ich sag mal, meditativer Musik, Entspannungsmusik, aber natürlich auch gerne weiter verstärkt in dem Bereich Filmmusik und Soundtracks. Also da wäre natürlich ein großer Traum, mal für irgendeinen größeren Film, sag ich mal, muss jetzt nicht gleich die totale Hollywood-Produktion sein, aber für irgendeinen größeren Spielfilm dann mal einen Soundtrack auch zu produzieren. Apropos Vielseitigkeit. So ganz nebenbei schreibt Dominik auch noch an einem Kinderbuch. Er erzählt darin die Geschichte des kleinen Hasen Tobias, der die Welt zu erkunden beginnt. Die Illustrationen sind, wen wundert's noch, von Dominik Brunau.